Hallo zusammen, ich bin Amina Cerenic und mache meine Lehre aus Detailhandelsfachfrau bei der Firma BR Bauhandel AG. Gerne würde ich euch meinen Berufsalltag zeigen. Kommen doch mal mit. Ein grosser Teil meiner Lehre bin ich am Schalter. Dort bediene ich die Kunden, beruhrte und bestellte auf. Ich würde den jetzigen Schülern empfehlen, dass sie sich frühzeitig bewerben, in verschiedene Brüfe hineinschauen und sich genau über den Beruf informieren. Hier seht ihr mich beim Bewirtschaften vom Shop. Das heisst, ich schaue, dass unser Shop immer aufgeräumt und aufgefüllt ist, denn unsere Kunden legen viel Wert darauf. So, jetzt hast du einen kurzen Einblick in meinen Berufsalltag bekommen, als Detailhandelsfachfrau bei der Firma BR Bauhandel AG. Falls ich dich neugierig gemacht habe, dann bewirb dich doch gerade heute noch. Wir freuen uns auf dich.